willkommen mein namen ist an die welt und ich begrüße euch zurück zuletzt play kinder im harz richard of memories als folge haben wir wechseln erledigt und waren kurz davor ihn noch mal zu erledigen aber ja habe ich mir gedacht darauf habe ich keine lust und ja ich glaube ich muss noch meinen set ändern manchmal noch auftreten und also was eingestellt habe ich dazu bekommen dass ich bitte ein traum karten habe ich auch viel zu viele habe ich gerade gemerkt als hat mir geöffnet habe also immer so zwei drei direkt mal ein bisschen umständlich ist ich doch finde ich hatte eine schöne schatzraum karte wieder gefunden hat und die hat man auch noch nicht um den eis passieren kann muss aber nicht wir öffnen jetzt erst mal schatzkarte ja so werde ich auch raum kartenlos möchte ich gerade müssen sagen wenn ich jetzt nicht genau die gleichen sachen ab dann 20 halt jetzt noch mal aus ich habe mich so viel verdammt ich wollte schon sagen wenn ich jetzt genau eine 1 brauche aber ich komme ja schatz 2 irgendeine blöde kombination also stern staubsturm donald und feuer okay vergessen in den nächsten kampf der gleich kommen wird gegen wechseln das letzte mal angefangen aber das ist ja wahrscheinlich heute auch nicht aufnehmen weil ich nicht mehr so viel platz ab auf meinen meine festplatte mit dieser aufnahme wird wahrscheinlich schon wieder ein drittel voll sein also ja wahrscheinlich paar tage hintereinander hier ein paar oder so aufnehmen immer weil ich ein bisschen doof finde aber was soll man machen ist nicht so als wäre jeder so schafft auch auf diese videos und ich merke einmal an tv im programm und so sind alles noch an dreck und manchmal dafür sorgen die aufnahme ein bisschen kacke ist johé ich habe das richtige set ja 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 er ist genauso wie preis und wie sonst auch gemacht kommt jetzt schon mit dem angriff danke er kommt jetzt schon mit denen an doch ehrlich nein weil ich muss den kampf ja nochmal machen möchte danach nicht gespeichert hatte also ja dass ich bock gemacht war da habe ich immer erst mal durchgeschafft na kimi chill mal war ja an wir sagen vielleicht war donald und ein donald und freund 24, komm Irgendeine blöde Kombi ein Der mit seinen blöden Nullen Oh mein Gott Das ist eine blöde Kombi Toll, gleich Oh hallo Oh Gott Ich habe schon gesehen, wie ich da getroffen wurde Ich warte, bis du mit dem blöde Kombi kommst Oh Oh warte Komm mit deinen Eisnageln ruhig her Boah Ich wollte doch nur sehen, was das mal macht Ja, blöde Pisa Piss dich Komm ich immer unnötig auf mich zu Piss dich So kannst mein Feuer entkommen Oh Gott Knapp Super Was ist das? Nein Du Sack Noch mehr Heilung Ich ne Gefühl Ja, mehr du kommst mit Null Oh mein Gott, lass mich den Angriffgefächt machen Ja Ich hab dafür ein bisschen mehr abzüge Pisser mal Weg wieder freundlich aus dem keller aber blüht da kommt immer mit der blöden lüge wenn ich das mache ist das macht er noch an sollen aber dann aber los mit dem ding wird das auch immer das macht ich habe Lust drauf. Oh, das wird auf einem Skull. Das geht mir echt auf die Nerven. Das ist genau der Gegner, den ich nicht zweimal bekämpfen kann, aber nicht. Den ich nicht bekämpfen möchte, aber was passiert natürlich, ist natürlich zweimal hintereinander gingen können. Das ist aber unnerviger. Geht, ne? Oh, hey. Lass mal aufhören mit den 9 und den 0 dafür bin ich schon zuständig. Darf ich jetzt mal einsetzen? So, guck mal, das wird auf die Fenster werfen. Warte jetzt! Äh, 14, 23. Egal, wie ich den überhaupt nicht treffe. Warte, Schwert, wo fährt er mit? You are pushing me! Come to me, Iceblade! Back off! Chill mal! Oh, schaffbar war. Oh, ja, noch mal! Boah! Chill mal, ne, umgekehrt! Und... bad win! Hahaha! Schön. ich habe da war sogar letzte kampf gegen den ms karton bekommen ist hat offensichtlich wir wachsen erledigt und später haben wir mal ja sanctus mega alter final lektion item karte ja so wie ein gegnern sein näher schaden zu das weiß nicht irgendwie nach einer sehr groß verschwendung ich habe es aber eine schade zu sinken zu der darkness und ihr will share that beats sora if you continue to seek the girl nominee the shackles will tighten you'll lose your heart and end up becoming marlucia spawn marlucia what does nominee have to do mit axel yo sora did i catch you at a bad time axel why i came to stop you from talking too much by eliminating your existence no don't do it we are just nobodies who have no one to be yet we still are but now you can be nothing instead of just being a nobody you're off the hook no no please don't i don't want to goodbye what are you what are you people don't know i wonder about that myself okay viel komplexes story auf uns geworfen wird und wir machen einfach weiter nix warte was okay sind schon okay wir sind schon weiter kann man aber auch mehr so von was kampf kam okay dann machen wir weiter es war wahrscheinlich irgendwie riko oder sowas was kommt wenn ich jetzt tippen könnte weiter ist sorry aber jetzt müssen wir noch ein bisschen rumeiern boss kämpfen ja oder sie so nice work i say good riddance to that blabbermouth malusia you used vexin to test so his strength didn't you not just soras it was yours too we weren't sure if you actually had it in your bones to take out a fellow member well i guess that you did it's time to join up taking over the organization will be like child's play with the three of us so that's where sora comes in of course he wants to see nominee so why don't we just give him what he wants rejoice nominee the time is near for you to meet the hero that you've been longing for i'm glad but i'm warning you you better not do anything to betray sora's feelings do you understand me little one i understand all you need do is layer sora's memories and bring his heart closer to you sora even if you come for me what then so weit denkt sora normalerweise nicht und da ist riku riku es war irgendwie klar you'll hurt nominee if you go further you still want to fight but vexin's gone so now you're free doesn't matter what happens to him i'm protecting nominee from you that's what's in my heart sora i made a promise to nominee i promised to keep her safe you did there was a meteor shower this one night when she and i were little nominee got scared and said what if a shooting star hits the islands that's what i told her if a shooting star comes this way i will protect you you made a promise with a toy sword what how do you know about that because that was the promise i made to her that night i would protect her i said don't lie why you weren't the one there that night you're the one who wasn't there that was when she gave her good luck charm to me her what see tell me where did you get that I know must be a fake i got the real one right here what yeah vielleicht hat sie zwei gekauft kann doch passieren naja wechsel und rekord hat wird ja sehr toll direkt zwei nervige gegner und du bist natürlich auch voll stark jetzt du hast keinen blöden schild der angefangen hat ja nur diese nullen echt nur damit die die neuen jahre weg lande ich auch hier wenn die andere nicht so viel schaden machen würden alter mein gott wo sie mal abschliere hier echt start oh mein gott echt ja auch damit muss mich heilen was jetzt schon mal elixier gibt es einfach nicht oh mein gott ich komme nicht zum heilen alter kannst du mal damit auf die raffe ich komme ich nicht dazu mich zur heimann nämlich die ganze zeit unterbricht ja und kommt noch näher also der weiß einfach mein kack ding jetzt aus und die norma weg ins hand der zukünftigen wesens etwas machen würde dass mir in ruhe oh mein gott manchmal sind die kämpfe richtig nervig ich weiß nicht ob ich den kopf schaffe ich mal kurz hochheilen bitte jetzt krieg ich natürlich manchmal kann manche kämpfe die geben mir so auf die nerven dann würde ich aber sagen ich bin die part hier und wir sehen uns in diesem kampf dann in der nächsten folge verletzt bei kingdom arts we channel of memories ich bleibe mich alle herzlich willkommen sagt tschüss bis zur nächsten folge